Hey Leute hier ist wieder euer Chance of Us Raptor heute mit einem kleinen Easter Egg Das ist so zu sagen, also es ist kein wirkliches Easter Egg, es ist einfach, ja ok doch, es ist ein kleines Easter Egg In der ersten Mission fangen wir mal an Und es geschieht nichts, doch jetzt hier Hier wenn man zum Hubschrauber fahren muss, indem man die Bank überfallen hat Hier kommt gleich hier vorne das allererste Bahngleis Das sehen wir aber auch gleich Bisschen Kopsram Dann hier kommt Was wollen die? Egal, hier neben der Brücke runterfahren Das muss eigentlich ziemlich schnell gehen, weil ihr habt die Mission gleich verkackt Und wenn ihr dann hier herrennt, könnt ihr hier ein Alien sehen Ich weiß nicht auf was Rockstar Games hier drauf anspielen will Aber vielleicht werden wir es noch erfahren Ich werde auf jeden Fall noch weitere Easter Eggs zeigen Das war jetzt einfach nur so ein schnelles Easter Egg innerhalb von zwei Minuten Ja, das war es dann so Also bis dann Leute, haut rein Dann Vielen Dank.